Habe ich nicht schon genug zu tun? Klar, Sie brauchen jede Unterrichtsstunde, um die vorgegebenen Lernziele zu erreichen. Und die Unterrichtsvor- und Nachbereitung frisst täglich Zeit. Deshalb haben wir in diesem Kurs viele Unterrichtseinheiten für die verschiedensten Fächer zusammengestellt. Auf der Website bne-portal.de finden Sie unter Lernmaterialien viele weitere Materialien und fertige Unterrichtseinheiten, die Sie direkt in Ihrem Unterricht verwenden können.